Oh, dieser Rückpass von Orschow, eine Katastrophe, das 1 zu 0 für Slowenien, ein Geschenk des Duos Pascolo Orschow. Das ist unglaublich. Mir fehlen die Worte. Ich mag gar nicht hinschauen. Orschow bringt den Ball nicht zurück, stürzt und Cimirotic kann erben zum 1 zu 0 für Slowenien in der 82. Minute. Das ist jetzt wirklich die perfekte Katastrophe aus Schweizer Sicht. stemmen. Ich habe glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020